always und herzlich willkommen zur dritten Folge von Alright's Last Season in der letzten Episode haben wir zwei neue Spieler bekommen 2 neue Spieler von Barcelona zu einem spielte in der Innenverteidigung neben Mathieu Gerard biqui Piquet, ein Spanier und linker Außenverteidiger ist Jordi Alba, ebenfalls ein Spanier und richtig schnell unterwegs mit 92 Tempo, also haben wir jetzt in der Verteidigung 5 Barcelona-Spieler im Tor haben wir Bravo, dann Alba, Piquet, Mathieu und rechts Daniel Alba ist mit leider nur 6 Chemie, aber das ändert sich auch bei Uneinheit in den Kommentaren geschrieben, dass Demi Taberbatov mal spielen soll, weil er für ihn auch eine Legende ist und für Germain in den Sturm rein soll, aber da muss ich sagen, wegen der Chemie geht das nicht, weil Germain halt unser, also unser Stürmer auch ein Franzose ist und Barbertov leider nicht, deswegen geht die Chemie von Ori denn noch runter ich werde ihn wahrscheinlich in der heutigen Episode wahrscheinlich nicht einwechseln, aber in der nächsten Episode, wenn ich das nicht vergesse, werde ich das, werde ich Barbertov einwechseln und ja, danke für deinen Kommentar, werde ich mal versuchen zu machen, dass Barbertov noch in dieser Serie spielt der Gegner für heute, wir machen heute wieder nur ein Spiel, hat 181 Bewertung ein Liga-BBVA Atletico Madrid Arsenal Team und im Abwehr noch La, der Rechtsverteid kenne ich, und Tor Kruhl also Barclays-Perminic, Liga-BBVA gegen unsere Mannschaft, die erste Szene hat unser Gegner über Oxlade, Chamberlain, geht hier einfach durch mit seinem Pace, aber richtig starke Glanzparade von unserem Keeper von Bravo die erste Szene für uns hat Ori in der neunten Spielminute ein Freistoß 26 Meter vor dem Tor, läuft an aber der Freistoß geht leider nicht ins Tor, war nicht so knapp, also da hätte man mehr rausholen können in der nächsten Szene Kondogbia, unser ZDR mit dem Schuss aber auch er hat einen guten Keeper da hinten drin und in der 32. Minute wird Ori meiner Meinung nach gefoult, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen Moutinho mit der Chance aber wieder Glanzparade von Kruhl von seinem Keeper jetzt in der kurz vor der Halbzeit in der 45. Minute haben wir nochmal einen Angriff über Terry Ori der geht mit dem Scoop-Turn-Topf vorbei 100%ige Chance die lässt er sich nicht nehmen 1 zu 0 kurz vor der Halbzeit richtig wichtiger Treffer für uns Terry Ori in der 45. Minute Timmerachter ist 1 zu 0 richtig stark gemacht mit dem Scoop-Turn-Topf vorbei und dann Ice-Cat eingenetzt keine Chance für seinen Keeper das heißt 2 zu 0 Spieler 2 neue Upgrades würde ich auch sagen und da hat sich der Gegner gedacht es stand 1 zu 0 und er denkt sich einfach er bricht die Partie ab keine Ahnung warum war kein schlechter Spieler muss man auch anerkennen aber der war abgebrochen beim 1 zu 0 keine Ahnung ob er irgendwas anderes vor hatte Kondogbia leider ist Spieler des Spiels nicht Ori deswegen bleibt es bei 2 Upgrades oder eher gesagt bei 2 neuen Spieler 2 Upgrades naja Barcelona Spieler sind schon besser und wir haben jetzt keine Ahnung warum ich 3 neue Spieler genommen habe das ist mir jetzt alles aufgefallen aber es macht einfach nichts wir haben jetzt 3 neue Mittelfeldspieler zu einem ist das Sergio Busquets ein Spanier und Ivan Rakitic auf den zentralen Mittelfeldpositionen Busquets eher defensiv Rakitic eher offensiv und als ZOM haben wir Xavier Nandes manche werden fragen warum nicht Inesta Inesta habe ich nicht gekauft weil das Team auf der Jahr bald rauskommt und er dann aufsinken wert deswegen werde ich ihn wahrscheinlich in der ja weiß noch nicht in welcher Folge in der nächsten glaube ich nicht in der übernächsten erst holen aber mal gucken ich weiß gerade nicht warum ich 3 neue Spieler genommen habe aber war ich ein bisschen verwehrt aber das kann auch mal sein passt halt schon würde ich sagen und ja das war schon von dieser Episode etwas kurz meiner Meinung nach aber die nächste Episode wird dann wieder länger weil der Gegner halt abgebrochen hat in dieser Episode ich hoffe sie hat euch trotzdem gefallen dann lasst ein Like da auf wenn ich ein bisschen verwehrt war wegen den 3 neuen Spieler Ori hat 2 Tore gemacht und dann ach ne ja genau der Gegner hat der Gewaged aber da habe ich ganz vergessen dafür kriegen wir auch nochmal einen neuen Spieler weil die Chance ja in der zweiten Halbzeit noch groß wäre in Ori einen Treffer zu erzielen oder so naja lasst gerne ein Like da wenn es euch gefallen hat und dann bin ich raus macht es gut bis zum nächsten Video und Ciao